Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 Community Level Showcase. Ich weiß, es hat ein bisschen gedauert. Einmal es gab kein Level, andere Male war ich krank und da konnte ich auch gar nichts vorproduzieren oder sonst irgendetwas. Aber jetzt endlich bin ich wieder fit, Fieber, geht nicht mehr hoch und runter und hoch und runter, sondern ich kann mich wieder voll auf eure Level konzentrieren. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem ersten Level. Your nightmare, your last nightmare from me. From me? Ich muss ja nur in die Clownskutsche reinspringen. Ah, einfach reinspringen wird wohl nicht. Oh. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Moment, was war da unten? 50er? Nö, brauchen wir nicht. Ist das jetzt ein Troll-Level oder was ist das hier? Hä? Hä? Okay. 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 Kill den Throm? Ach, der fügt mir. Stimmt, da war was. Wie kill ich den am besten? Ach, schön. Der kommt auch noch dazu, der Phantom. Okay. Okay. Wir langlaufen Und wo ist er da? Wir warten mal, bis er da weg ist Ja, verdammt Dahinter ist was Ich brauche den Genau, das brauche ich Ja, es ist ein Nightmare, weil du halt nicht wirklich kommunizierst, was du möchtest Stacheln Okay Wir müssen warten Okay Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken Ich habe nur keinen Tee da Er ist ja hier nicht mit einer See gekommen Weg, Mann Was ist los? Was ist los? Es ist halb Troll Halb Es ist Es ist in Ordnung, aber Ich würde jetzt keinen Buu dafür geben, aber es ist auch jetzt nicht wirklich das beste Level, ne? Amazing, Fun and Creative Level Na gut Es ist in Ordnung, also es ist jetzt nicht schlecht Aber wie gesagt, dafür würde ich jetzt keinen toll geben Nächstes Level Captain Pollution's Terror House von Sea Pollution Also Captain Pollution wahrscheinlich Okay, geht gut los Ja, geht gut los Die Dinger kann man anscheinend nicht kaputt machen Oh, oh, oh Das nehme ich Ich auch mit den Yoshi Feder Ich weiß nicht, Feder Komm, gib mir Feder Ist es jetzt hier Pick a Pipe oder what? Wo muss ich lang? Richtig Gap Okay, der Yoshi war jetzt hier nicht hilfreich Okay, ich sollte hier vielleicht Ja Aber gut, die Feder bekomme ich immer wieder Schlüssel, einfach mal so Egal Egal, jetzt kann ich hier lang Wenn ich Glück habe, ist der Yoshi noch hier Oh, jetzt kann ich hier auch unten lang Der Yoshi ist noch da, geil Meine Versicherung Wow Meine Versicherung ist da Ja Ich will mir wieder einen Helm holen Ich gebe mir Feder So, damit habe ich einen Helm immer als Ersatz dabei Ich brauche einen P-Switch Ich bringe jetzt einen P-Switch her Blau Blau Moment Komme ich hier Oh, verdammt Nein Nein Oh, verdammte Axt What the Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle? Man darf hier nicht springen So, was haben wir jetzt gelernt? Den nehmen wir mit Aber alles andere ist erstmal egal Damage Boost Warum sind da Ranken Ranken sind gefährlich So Okay Okay So, die Blöcke darf ich definitiv nicht anspringen Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Blau war das glaube ich Blau war das glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wo ich vorhin drin war Aber wartet mal Ich bin durchgekommen ohne Schaden Ich glaube hier bin ich safe Ja So einfach So einfach So einfach ist das Okay Yes Checkpoint Oh yeah So Irgendwie ist gerade bei mir der Sound ausgegangen Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich Bin So soundtechnisch So soundtechnisch Die feuerblume Wo muss ich jetzt lang? Gibt ja nur zwei Wege, ne? Yoshi Yoshi Der braucht schon Yoshi Ich habe ein Checkpoint Das reicht Hä? Warum sind denn die Räume hier gleich aus? Es ist doch so schon alles beengt Was ist denn hier los? Wie viele Türen willst du denn hier einbauen? Oh komm Yoshi Komm her Das gibt's nicht Ich geh jetzt hier unten lang Ich geh jetzt hier unten mal durch so eine Tür Komm ich da hin? Okay Gut, ich lasse den Yoshi weg Wenn man Jetzt geh ich hier unten rein Punkt Was haben wir hier? Es wiederholt sich irgendwie alles Es ist keine Steigerung Das ist einfach die ganze Zeit gleich Ist es ansonsten Zwar nett Aber nett ist ja auch die kleine Schwester von Na egal Nein, ich möchte das Spiel jetzt Ich möchte das Level ja nicht so doll runter machen So ist es jetzt nicht Aber Wenn man wirklich die ganze Zeit immer wieder mit sowas hier Äh, ne? Oh Danke Wenn man immer wieder hier mit sowas zu tun hat In Form von Dass manche Sachen nicht gut durchdacht sind Dann Kann man auch mal den Geduldsfaden verlieren Warum mach ich das? Warum mach ich das zur Hölle? Weil ich die Herausforderung liebe, ne? Oh Irgendwas kann ich mir gleich wieder einen Helm holen, hoffe ich Dafür muss ich aber durch die ganzen anderen Sachen durch, ne? Oh Mann Oh, oh Oh, ich hab ein Helm Okay Also warte mal Jetzt hab ich doch einen roten Schalter betätigt Jetzt darf ich da lang Genau da oben durch die grüne Röhre Dann gehen wir da oben durch die grüne Röhre Was hast du mit diesen blöden Bugkreisen? Gut, es ist ein Geisterhaus Ja, ich bin ruhig Okay Moment, du willst von mir, dass ich Mit dem P-Switch hier Okay, egal Ich kann mir den Helm wiederholen Ich kann mir den Helm wiederholen Mhm Kann ich mir wiederholen? Kann ich mir wiederholen? Wofür ist der P-Switch gedacht? Komme ich mit dem zurück? Komme ich mit dem zurück? Ja, mit dem komme ich zurück Da komme ich durch die Röhre Ich komme durch die Röhre Oh, Checkpoint 2 Halleluja Aber es sieht schon wieder alles gleich aus Aber das ist wirklich etwas, was ich jetzt hier nicht ansprechend finde Dass alles hier, ja Identisch aussieht Ich gehe wieder oben rein Ich muss wieder den Schalter betätigen und den P-Switch finden Das ist super What the Warum? Warum? Was haben wir hier? Oh, das war knapp Okay Also hier finde ich anscheinend den P-Switch Softlock, don't worry the P Softlock, trage nicht den P-Switch Ich war gerade am überlegen, wie man sich da Softlocken kann Der ist fies Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Lass mich raten, es sieht wieder alles gleich aus Genau Okay Egal Ich habe ein Hen Einfach durch Das Ende war ja noch schlimmer Also wenn man am Ende nichts hat, dann Ist man verloren Da ist man eiskalt verloren Also Ich Ein Boo definitiv nicht Aber ich kann auch nicht wirklich ein Toll geben Es ist ein Level, ja Aber es ist halt sehr repetitiv Also es wiederholt sich sehr stark Und es ist halt Ich sage jetzt mal nicht abwechslungsreich Nächstes Level Mystical Sea Depths Von Jobby Cram So Hier warte ich jetzt Ein gutes Klassisches Level Da komme ich noch nicht hoch Ich sage ein gutes klassisches Level Kein Unterwasser Level Und dann auch noch Dunkel Irgendwie werde ich heute nur gefoltert Vielleicht nicht die Folter am Montag schon Der Monster auf Spriber Level per day Nein Es muss noch mehr gefoltert werden Oh, das gibt mir Licht Das ist schön Münzen, 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 Münzen Komm Genau Schnapp dir dein Essen Achso, das bin ich, ne Ne, lass das mal lieber Ach, Checkpoint Mancha Den Stern nehme ich Ja, das hoffe ich auch im nächsten Mario Maker Das könnte noch interessant werden Dass man abhängig macht Je nachdem, ob man schon einen Stern hat oder nicht Dass dann aus dem Item dann ein Stern rauskommt Gab es ja auch in anderen Mario Teilen Dass man mit einem Stern einen Stern bekommen hat Okay, ich muss hier hoch Dann da lang Wiggledy, 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 Wiggler Bloß nicht angreifen Mach ihn ja nicht aggressiv To play Weil dann wirst du nämlich auch aggressiv danach Aha Oh nein, ich habe ihn aggressiv gemacht Warum Ich lebe Ich lebe Danke dir, danke dir, danke dir für dieses schöne Level Danke Es war dunkel, du warst aber fair Insofern vollkommen in Ordnung Hier ist dein Herz Nächstes Level The Cave of Warriors Challenges Von Nico358 0860264 Ich hoffe, das ist nicht deine Telefonnummer Das sind schon keine schlechten Sprünge Die sind schon nicht von schlechten Eltern Dass man da unbeschadet durchkommt Ah, okay, den nehme ich That's a joke, man That's a Hat es nicht da einen Sinn, das so zu machen Na komm So What? Nein Geht doch Ah, gut Ja Kein schöner Bosskampf, aber Ist hiermit etwas It's something Äh Ja 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 Ja, aber ich kann den auch gar nicht essen Moment Hier kommen wieder Sachen mit irgendwelchen Mechaniken Wo man wieder nicht braucht, ne Achso Oh, Junge Nicht ganz Nee, schade Wirklich gute Leute könnten jetzt mit, äh, Yoshi Gegebenenfalls da einen, äh, Pau Drop hinlegen Aber Ich bin keiner, der gut ist Hierfalls ein 50er Und Kommt da was raus? Nein, ne Hätte mich auch gewundert Wow Okay Also mit einem Spinjum das zu machen, ist mal was Neues Zum Beispiel dafür Na ja, gut, dann machen wir's halt so Ach, Mist So viel zum Cheese Nice Falsch gerechnet Das möchtest du ernsthaft von einem? Da wäre jetzt ein Yoshi nicht schlecht Ach, ich hätte mir einen Helm holen können Fällt mir auf Natürlich springe ich am Ring vorbei Natürlich Das ist so eine Geduldssache hier wieder Also man muss in einem durchrushen Sonst hat man gar keine Chance Weil der nämlich dann ballert Und ich fliege daneben Ja, ich bin wieder daneben Oh, ich hab's geschafft Ja Ja, nee, ist klar So, ihr wollt die Spitze der Fahnenstange Dann habt ihr hier das Zampolin Und ihr müsst es nur richtig anstellen Nicht so wie ich, aber okay Nettes Level Einige Sachen waren ein bisschen komisch Von den Mechaniken her Und du siehst ja auch Man kann da ein bisschen Käse ran machen Deswegen sei ich auch mal hier wieder Neutral geblieben Und Eingehauen Nächstes Level Wie viele sind es Von Michi2308 Zum Abschluss Ich glaub mal ein angenehmes Level Das sind Sechs Fünf Sechs Vier Warum muss man immer sterben? Das sind fünf Trotzdem Muss man immer sterben Sieben Gerade am Anfang müsst ihr gucken Gleich am Anfang und zählen Das ist doch unfair Vier die So Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Dreizehn Braucht ihr echt Ne gut Auffassungsgabe Ne Das sind fünf Ich weiß nicht Ob auch sechs gehen Drei Vier Fünf Sechs Leben Acht Neun Zehn Elf Zehn 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 Nein Ich hab mich um einen verzählt Dann ist einer doch doppelt gesprungen Ich war mir nicht ganz sicher Ich dachte Na 16 Das passt Komm 16 Dann ist er 15 Und das direkt nach dem Checkpoint Das ist doch peinlich Geil Ich glaub das waren zehn Es waren echt neun Ich hasse dich Michi So ein Mist ne Oh da waren es halt nicht die Zehn Da waren es halt die neun Das könnten sechs sein Könnten aber Ne es sind sechs Na ja Okay Ist ein nettes Level Würde ich dafür jetzt ein toll geben Wenn ich das in der Endlustherausforderung hätte Nein Aber es ist ein gutes Level Es hat Spaß gemacht Es war so zum Abschluss so ein bisschen Deswegen bleib ich da neutral So Das waren es wieder Diese fünf netten Level Und ja Ich weiß Da ist noch ein Level Von einem Eduard Aber ich drück mich grad So ein bisschen Noch immer da drum Weil ich jetzt gerade wieder So viele schöne Level bekommen habe Also spätestens in der nächsten Folge Müsste es dann soweit sein Weil so viele Level sind es dann doch wieder nicht Aber dadurch dass es jetzt so viele waren Weil ich halt krank war Habe ich mir gesagt Okay gut Fängst du eigentlich erstmal leicht an Gut Leicht kann man jetzt da hinstellen Aber egal Nächste Woche Definitiv sollte das dann an den Start gehen Ich bedanke mich ganz herzlich Ich sage bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Tro Haut rein Tschö 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 Tschö